Liebe Funkstädter, na, wird euch gerade schwarz vor Augen? Oder rot? Aufgrund einer städtischen Störung sind unsere bisherigen Links und Videos leider derzeit nicht verfügbar. Die Klartextreihe, das können wir euch jedoch versprechen, wird auf alle Fälle fortgeführt. Und der Nikolaus, der kommt von uns trotzdem zu euch am 06.12. Also, wenn euch interessiert, wie das Thema hier in Funkstadt weitergeht, dann bleibt dran. Abonniert diesen Kanal und verteilt diesen Link, damit dieses Thema möglichst viele mitbekommen. Eure UBP, die unabhängigen Bürger in Funkstadt.